So hallo, wir machen weiter bei Fortnite und jetzt müssen wir in den Müllcontainer, da kommen wir genau dran vorbei, optimal. Einfach mal in einen Müllcontainer springen, das sollte hinzukriegen sein. Sind es denn spezielle Müllcontainer, stellt sich mir die Frage. Oh, ich hab die nicht auf der Dings. Das ist natürlich nicht so gut, ich muss die mal gerade hier verfolgen, dass ich die auch sehe. So. Denn bestimmt werden jetzt die Müllcontainer vielleicht als Ausrufezeichen noch angezeigt oder so, oder ich gehe einfach wahllos in irgendwelche Müllcontainer rein. Das können wir natürlich auch machen. Okay, er sammelt hier schon mal eine Waffe, das ist nicht so gut. Ja, lass mich doch erstmal landen, mein Freund. Wie wär's denn? So, guck mal hier. Willst du jetzt auch noch hier was? Nein? Okay, cool. Also, Müllcontainer. Upsala, das war jetzt nicht so gut. Oh ne, ich will doch nur schnell in den Müllcontainer irgendwo in den Müllcontainer stellen. Vielleicht gehen wir erstmal schnell hier rein und haben erstmal unsere Ruhe. Sammeln erstmal ein bisschen was zusammen. So, jetzt können wir uns auch erstmal kurz heilen. Also, das war ja gerade nicht die beste Idee. Ach, Kondition ist bereits voll. Okay. Na dann. Oh, die haben wir schon. Weg damit. Kondition ist gut. Hier ist nix. Wo war jetzt die Kiste? Ich hab die doch gehört. Bin ich blind? Bin schon wieder blind. Ist in Ordnung. Mehr Geld. Vielleicht was Blaues? Ja. Optimal. Genau, dich brauch ich. Noms. Noms. Oh, shit. Okay. Du wolltest es ja so. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Alter, die Geräusche gefallen mir gar nicht, ne? Hammersturmgewehr. Das gefällt mir aber. Kopfschuss aus mindestens 40 Meter. Ah, die können hier oben drauf laufen. Okay, du bist mein Kopfschusskandidat. Ich frage es, wann sind 40 Meter erreicht. Hat das als Kopfschuss jetzt gezerrt? Ja! Ah, ne, mit Kopfschuss eliminiert. Schade. Dann waren es... Entweder es waren keine 40 Meter oder es war... Kein Kopfschuss, was ich mit dem Hammersturmgewehr gemacht habe. Aber egal erst mal. Was haben wir hier? Striker-Salvengewehr. Mal austauschen. So, ich muss kurz essen. Okay. Was habe ich jetzt da hingelegt? Nicht, dass ich mein Sturmgewehr... Okay. Passt. So, wir müssen immer noch in den Müllcontainer rein. Sag mal. Ich werde doch jetzt einen Müllcontainer finden. In Ruhe. Eigentlich wollte ich ja hier nur in den Müllcontainer. Ich will jetzt hier nicht groß... ...andere Dinge tun. Was passiert da hinten? Hüpft da einer rum? Ja. Sieht der mich? Hat der mich gesehen? Kann das jetzt bitte als Kopfschuss zählen? Wo ist denn der hin? Oh, scheiße. Ah. F. Okay. Gleich in die nächste Runde. Der Kopfschuss hat immer noch nicht gezählt, ne? Ach, das gibt's doch nicht. Oder ist das schon erledigt? Ich muss nochmal nachgucken. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Wir lassen mal kurz die Aufnahme laufen. Ich muss nochmal nachgucken, ob das schon erledigt ist. Vielleicht vertue ich mich und ich hab das schon und ich hab's nicht realisiert. War das jetzt nicht 40 Meter weit weg so? Vielleicht war es auch nicht 40 Meter. Kann ja auch sein. Das sind halt zu viele Bedingungen. Es ist die Bedingung mit dem Hammersturmgewehr. Von 40 Meter aus einen Kopfschuss. Ja, und ich hab die Müllcontainer jetzt noch. Okay, wir müssen gleich wieder hier landen. Aber wo sind hier Müllcontainer? Vielleicht sehen wir gleich noch kurz, wo Müllcontainer sind. Da wär einer. Okay. Da wär einer. Gut. Weil eigentlich liegen doch... Ich finde, die sind doch überall. Eigentlich sind die doch überall. Dämliche Müllcontainer. So, also lassen wir kurz gucken. Nein, es zählt immer noch nicht. Aus mindestens 40 Meter Entfernung. Dann war es vielleicht einfach nicht weit genug. Ist egal. Wir werden auf jeden Fall wieder an Tilted Towers vorbeifahren. Passt also. Gut. Jetzt ist nur die Frage... Ja... Warten auf weitere Spieler. Es geht noch gar nicht los da oben. Okay, jetzt. Ja, komm, jetzt lass ich's kurz laufen einmal. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Mal ein bisschen Zielübungen machen. Gute Zielübungen auf jeden Fall. Ja. Gute Zielübungen. Okay, so. Also, wir wollen wieder nach Dings. Tilted Towers. Wegen dem Müllcontainer. Ich muss den Müllcontainer im Fokus halten. Ich muss den Müllcontainer im Fokus halten. Darum geht's. Es geht um die Müllcontainer. Let's go. Suche in Müllcontainer nach Materialien für eine Reliktattrappe. Vielleicht können wir ja gleich bei dem Müllcontainer landen. Dass wir es diesmal auf jeden Fall mitnehmen. Bei dem einen Gebäude, da war einer. Hier außen. Genau, da ist einer. Reicht es, einen zu nehmen, oder muss es ein spezieller sein? Okay, hat gereicht. Gut, dann haben wir das jetzt ja geklärt. So. Schön, dass wir drüber geredet haben. Okay, perfekt. Wo ist die Kiste wieder? Ist das da wie über mir? Ach ja, natürlich, weil da oben das Spielfeld ist. Aber ich hab noch keine Waffe. Jetzt hab ich ne Waffe. Ah, doch, ich hab ne Waffe, hab ich gar nicht gemerkt, siehste. Ranger-Sturmgewehr hab ich. So, wo wär denn jetzt die nächste Geräteetablierung? Vielleicht wär die ja sogar hier in der Nähe. Wipes. Stell eine Reliktattrappe bei Sleepy Shops her. Oh, da hinten. Okay, ja, da kommen wir jetzt nicht hin. Aber da muss ich da als nächstes hin. Okay. Da kommen wir jetzt leider nicht mehr hin. Okay. Gut. Was machen wir dann jetzt, ist die Frage. Sturmgewehr finden wahrscheinlich. Haben wir Sturm... Oh mein Gott. Wo ist der Typ, der grad geschossen hat? Wo die? Kommt der jetzt hier hoch? Safe. Oh mein Gott. Spider-Man. Alter. Was machst du denn da? Schisch. So, was ist da unten gelandet? Uh. Auch nicht schlecht. So. Eieiei, ey. Was ist denn hier alles los? Hier vielleicht noch Schilde drin? Da. Keine Schilde. Okay, schade. Aber die Waffe, die war mir ist natürlich nicht schlecht, ne? Das muss man auch sagen. Alles auch nicht schlecht. Können wir ersetzen. Hierdurch. So. Mehr Munition. So. Sehr schön. Ah, hier ist ne Kiste. Oh, wichtig. Ganz wichtig. Gleich schnabulieren. Da ist ein Dings gelandet. Hier oben da... Wo ist denn das? Hier oben oder was? Wo ist denn das Ding? Das muss da oben irgendwo gelandet sein. Komme ich da hin, schnell? Ich hoffe doch. Ja! Nicht rutschen, nicht rutschen, nicht rutschen, nicht runterrutschen. Also rutschen kannst du schon, aber nicht runter, bitte. Oh, das wird jetzt alles runter... Das wird jetzt alles runterfetzen. Was war das denn für'n Geräusch? Uh, Striker Pumpgun, nice. Dann lassen wir das mal so. Ja, und dann ist die weg. Da unten ist einer. Okay, komm, den holen wir uns. Oh, hier geht's gar nicht rein. Also raus. Hier auch nicht. Geht's oben raus? Ja, hier geht's raus. Nee, hier nicht. Äh, ich komm hier nicht raus. Ah, jetzt. Vogel? Wo ist Vogel? Weg ist Vogel. Da ist Vogel. Aber kein spezieller Vogel, ne? Langweiliger Vogel. Kein Grund, sich bemerkbar zu machen, um auf diesen Vogel zu schießen. Kann man die Vögel auch so einsammeln, wenn man sich an die ranwagt? Nein, okay. War ja nur ne Idee. Aber ich wüsste nicht, warum er das tun sollte, unbedingt. Fühlt sich nicht richtig an. Ah, der macht wieder nur Dings. Mann, kein Hammersturmgewehr. Das ist doch scheiße. Egal. Wo ist jetzt der Typ hinter, den ich da gesehen habe? Der muss ganz woanders hin sein. Aber die Zone, die Zone, die Zone kommt. Insofern ist schon gut, dass wir hier sind. Die Frage ist nur, wo geht's als nächstes hin? Oh, es geht weiter in die Richtung. Oh, deutlich weiter in die Richtung. Okay. Ja, dann Auto und ab. Und vorher holen wir uns noch den Getränk... Den, den Getränk. Das Getränk hier, das habe ich vorhin liegen lassen. Ganz vergessen. So. Sehr schön. Sehr schön. Ja, und dann... Oh, ja, hi, ja, moin. Ist du sicher, dass du das willst? Wie er sich versteckt. So. Er wollte es nicht anders. Ihr habt's gesehen. Er wollte es nicht anders. So, jetzt habe ich allerdings ein Problem. Jetzt habe ich mich mit dem aufgehalten. Ich muss hier weg. Ich muss hier jetzt aber wirklich weg. Oh, scheiße. Schnauze. So. Okay, wir kommen hier weg. Habt euch wieder Fußschritte gehört? Aber... Ja, interessiert mich jetzt nicht. Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht. Ich muss hier wegschrauben. Oh. Ähm. Ja, gut. Ich meine, die Zone kommt zuerst. Sehe ich die irgendwie? Ey. Und da kommt auch die Zone. Also entweder die schaffen es jetzt zu fliehen von der Zone oder sie haben Pech gehabt. Oh, da oben kommt gerade einer raus. Oder kam. Ja, egal. Wir sind jedenfalls an der Zone. Oh, wir können schon wieder die Geschichte mit dem Greifhaken probieren. Wozu ich ja leider immer zu unfähig bin. Aber wir könnten es probieren. Like, I don't know. Hallo. Geh doch einfach hoch. Ja, da ist er. Was ersetzen wir? Scheiß drauf. Okay, so. Da drüben wäre eine Seilrutsche. Wenn ich in der Luft bin, soll ich mit dem Greifhaken an der Seilrutsche. Aber, also der Greifhaken reagiert ja auch gar nicht auf die Seilrutsche. Das war's. Das war's. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Nice. Der, der, die alberne Mission ist weg. Die alberne Mission ist weg. Okay. Was haben wir hier für Früchte dran? Gar keine. Schade. Okay. Oh, hier ist jemand zum Quatschen. Haben wir mit der Person schon mal gequatscht? Kann man gleich machen. Aber ich glaub, fast die Person haben wir schon. Ich geh kurz rein. Hallo und tschüss. Neue Person oder alte Person? Ohne Maske. Komm zu hier. Komm zu hier. Komm zu mir. So. Eins von drei ist das. Okay. Dann haben wir von der noch gar nichts gefunden. Von dieser Maskenart. Okay. Rocky Fields Maske. Gut. So. Säge brauchen wir nicht. Mich würde ja nur das Hammer Sturmgewehr wieder reizen. So. Das wäre ja das Ding. Aber ansonsten. Da unten ist einer. Scheiße. Ah, ich treff den von hier sogar. Er mich auch. Okay. Der trifft besser. Das ist schlecht, dass er besser trifft. Das ist sehr schlecht. Geiße. Okay. Jetzt kommt die Zone. Ich geh mal ein bisschen weiter. Ja, ja. Ich weiß. Du willst mich jetzt. Verstehe ich auch. Ich werde mir. Würde mir nicht anders gehen. Hilfe. Würde mir nicht anders gehen an deiner Stelle. Uh. Der hat gut geht. Oh. Scheiße. Ja. Okay. Ist in Ordnung. Hat er verdient. Hat er verdient. Den. Den Sieg über mich hat er verdient. Oder sie. Man weiß es nicht. Okay. Wir haben zwei blöde Aufträge weg. Sehr, sehr schön. Wir haben zwei blöde Aufträge weg. Prima. Ähm. Eine Runde machen wir noch. Dann hören wir auf. Ich muss jetzt wieder. Ne. Ich muss nicht re-ret etablieren. Ich muss. Genau. Das machen wir als nächstes. Dieses Pappmaché oder was das ist. Diese Attrappe da drüben aufstellen. Das ist dann der. Es ist Ende von Wipes 4. Dann haben wir Wipes 4 auch abgeschlossen. Sehr schön. Bis gleich. So. Da geht es gleich los. Und der Bus fährt auch ziemlich praktisch. Wir kommen da oben vorbei. Sehr schön. Wir müssen ein bisschen warten. Ne. Quatsch. Das ist gleich hier. Das ist gleich da drüben. Oder? Oder? Ja. Das ist da drüben beim Leuchtturm. Da müssen wir direkt raus. Schau mal. Einer guckt. Da müssen wir direkt raus. Ich stelle eine Reliktattrappe bei Sleepy Schwabs her. Ja. Es ist halt hingehen und E drücken. Nichts Schlimmes. Hingehen und E drücken. So. Dann lasse ich mich jetzt auch von nichts anderem aufhalten. Das machen wir als allererstes. Reliktattrappe. Guck mal. Hier waren wir auch noch nie so richtig. Also zumindest nicht so offiziell. Guck mal. Hier ist schon das Ausrufezeichen. Da sollen wir eine Reliktattrappe herstellen. Alles klar. Okay. Ja, das war dann Vibes 4. Ist die Frage, können wir Vibes 5 schon starten? Ist das hier in der Nähe? Nein, da müssen wir hier irgendwo hin. Okay. Gut. Aber ist in Ordnung. Bei Sleepy Sound wäre jemand zum Quatschen. Das können wir auch gleich angehen. Wo ist die Kiste? Wahrscheinlich oben. Wahrscheinlich auf dem Dachboden, ne? Ja, das ist so eine typische Dachboden-Kiste. Scheißdreck. Wer will's denn da wissen? Ach, da drüben auf der anderen Seite, der Kollege. Ja, ja. Und jetzt wieder abhauen. So hab ich das gern. Okay, so kommen wir rein. So kommen wir rein. Okay, perfekt. Erstmal Schilddrang. Dann kann die raus. Und da haben wir nämlich unser Hammersturm gewehrt. Ein Kopfschuss und ich wär happy. Sehe ich den Typ noch? Ne, na? Natürlich nicht. Aber da drüben, da ist die Person, mit der ich reden will. Könnten wir auch noch nicht haben. Das ist durchaus möglich, dass wir die noch nicht kennen. Überall Vögel, aber leider kein Leuchten. Okay, komm, wir gehen gleich quatschen. Äh, scheiße. So. Na. Raus da. Geh, raus da. Okay. Ach komm, das reicht nicht. Come on. Ich glaub, fast mit der haben wir schon mal. Ich weiß es nicht. Wir werden's gleich wissen. Ah, doch, das ist doch der Fischtyp. Ja, Fischstäbchen. Kennen wir schon. Haben wir schon drei Millionen Mal gequatscht mit. Aber es könnte schlimmer sein. So. Ja, chill. Ist okay, Mann. Maske! Eins von drei in Sleepy Sound. Wo ich da raus? Ach, komm schon. Was ist denn das, dass der nicht so hoch springen kann manchmal? So. Wie nah ist der dran und wie weit ist der weg? 40 Meter wären gut. Keine Ahnung, wo der ist. Zonentechnisch müssen wir ja richtig sein. Sonst würde ja mir ein Strich angezeigt werden. Genau. Oh, wir könnten sogar hier eine Geräteetablierung angehen. Ja, komm. Ja, komm. Scheiß drauf. Oh, no, 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 no. Interessante Buslage. So, quer fällt ein. Okay, das findet das Auto jetzt nicht so geil. Oha. Das findet er gar nicht mehr geil. Ei, ei, ei. Nee, da hat der Wibblash überhaupt keinen Bock drauf auf sowas. Äh, mit Ach und Krach kommen wir rüber. Okay, hier wird ordentlich geschossen. Vielleicht schaffe ich hier einen Kopfschuss. Ich muss nur nahe genug an jemanden, also eben nicht nahe genug. Ich muss nur merken, wo jemand ist. Erstmal Schluck trinken. Okay. So, Sturmgewehr ist ausgerüstet. Oder muss es ein spezielles Sturmgewehr sein? Ist egal welches, ne? Hammersturmgewehr aus mindestens 40 Meter. Okay. Haben wir. Muss ich nur jemanden sehen. Und dann halt noch auf die 40 Meter kommen. Das muss ich natürlich auch noch. Scheiße. Der ist viel zu nah. Ich glaube, der weiß nicht, dass ich hier bin. Das könnte ein Kopfschuss werden, wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin. Ich bin ganz blöd. Schauen, wir haben genug aufgeholt. Und tschüss.